Diese Chipfabrik von Bosch in Dresden bekommt bald einen Nachbarn aus Fernost. Einer der größten Halbleiterhersteller der Welt, das taiwanesische Unternehmen TSMC, will hier eine neue Fabrik errichten. Die Investitionssumme riesig. Über 10 Mrd. Euro sollen hier verbaut werden. Dass das möglich geworden ist, hat auch etwas damit zu tun, dass wir über 33 Jahre jetzt investieren, aufbauend auf dem, was in der früheren DDR schon an Mikroelektronik geschaffen worden ist. Immer weiter dabei geblieben sind mit Wissenschaft, mit Qualifikation, in einem engen Schulterschluss auch mit den Unternehmen. Rund 2500 Unternehmen bilden schon jetzt rund um Dresden das sogenannte Silicon Saxony. U.a. Bosch, Global Foundries, Infineon und Xfab produzieren hier schon Chips. In 4 Jahren will auch TSMC soweit sein. Intel baut derzeit für 30 Mrd. Euro eine Fabrik in Magdeburg. Im Umkreis stellen VW in Zwickau, BMW und Porsche in Leipzig und Tesla in Grünheide E-Autos her, die mehr Chips benötigen als Verbrenner. Mittlerweile sei die Chip-Industrie der größte Steuerzahler der Stadt, sagt Dresdens Oberbürgermeister. Und errechnet durch die Investition von TSMC, Infineon und Bosch mit 10.000 zusätzlichen Jobs in den nächsten 5 Jahren. Das fordert uns heraus, das fordert uns infrastrukturell heraus. Das fordert uns heraus, dass der Investmentmarkt im Bereich Wohnen wieder angeht. Und wir sind in intensiver Diskussion seit Wochen und Monaten, was Schulinfrastruktur, Kita-Infrastruktur, öffentliche Nahverkehrsanbindung angeht, dass es sich auch wirklich gut einbettet in die Stadt. Ging es zuletzt um Chips, war oft auch von hohen Subventionen die Rede. So auch diesmal. Der Bund will bis zu 5 Mrd. Euro dazugeben. Die Regierung in Berlin und die EU-Kommission wollen unabhängiger werden, v.a. von chinesischen Chips, geben dafür viel Steuergeld aus. Es sei sehr fraglich, ob man damit erfolgreich sein werde, sagt Rein Kropp, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Ich glaube nicht, dass wir mittelfristig oder langfristig ein wettbewerbsfähiger Standort sein können für die Massenproduktion von Chips. Das können andere Länder billiger und besser. Insofern wäre ich dafür, sich darauf zu konzentrieren, unsere Stärken weiter zu stärken. Unsere Stärken liegen nicht in der Massenproduktion, sondern unsere Stärken liegen in der Entwicklung, in der Forschung von neuen Chips. V.a. Chips, die in der Autoindustrie benötigt werden, sollen künftig in Dresden produziert werden. Für andere Chiparten, die etwa für KI-Technologie benötigt werden, fehle in Deutschland bislang teilweise das Know-how, sagen Experten. Eine vollständige Resilienz der EU, also die Unabhängigkeit von anderen Kontinenten, sei bei Chips schwer möglich, sagt etwa André Bukatzky vom Beratungsunternehmen McKinsey. Man hat hier sehr, sehr viele internationale Verflechtungen. Die Backend-Fertigung z.B., wo die Vereinzelung der Chips gemacht wird. Besondere Chemikalien, die z.B. aus Japan geliefert werden. Also in den nächsten mindestens 10 Jahren kann man hier nicht von einer Resilienz in Europa sprechen. Alleine, um die aktuelle Nachfrage an Chips in Europa zu decken, brauche es seiner Einschätzung nach etwa 40 bis 60 weitere Fabriken. Es könnte also durchaus sein, dass die Chip-Fabriken in Dresden weitere Nachbarn bekommen.